Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 15493 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich habe noch nie zuvor in einem Geschäft einen so großen Sonnenhut gefunden. Ich habe noch nie zuvor in einem Geschäft einen so großen Sonnenhut gefunden. Wir sind drei Sängerinnen aus Deutschland und haben zehn Auftritte im Monat. Wir sind drei Sängerinnen aus Deutschland und haben zehn Auftritte im Monat. Wir sind drei Sängerinnen aus Deutschland und haben zehn Auftritte im Monat. Mittags esse ich eine kleine Schüssel gemischten Salat. Mittags esse ich eine kleine Schüssel gemischten Salat. Ich bilde mir meine Meinung durch verschiedene Medien. So kann ich kompetent an Diskussionen teilnehmen. Sei mutig und traue dich, Risiken einzugehen, denn das ist oft der Weg zu persönlichem Wachstum. Die Gewinner wurden soeben bekannt gegeben. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.